Hallo, was macht man? Heute gibt's mal ein bisschen was anderes Video. Ich selbst werde nichts zeichnen oder basteln oder etc. Wir werden uns jetzt zusammen ein Spiel anschauen. Und vorab möchte ich noch kurz was dazu sagen. Also ich habe mir das Spiel jetzt runtergeladen und da ist mir halt direkt erst was aufgefallen. Auf der Homepage. Man geht auf den Download-Button und es downloadet nichts. Man wird weitergeleitet, um es dann zu downloaden. Das ist ja schon mal nicht gut, was da schon so anfängt. Der nette Herr, der Jan Meredev, der profiliert sich ja als Programmierer und dass er selbst so was Simples nicht hinkriegt, lässt sich hoffen. Generell, ich bin ja ein Games-Artist, mit Programmieren kenne ich mich jetzt nicht so prickelnd aus. Ich kenne ja so ein paar Gegebenheiten, so bin halt, ja, ein bisschen was kann ich programmieren. So ein Button hätte ich auch hingekriegt in HTML und es würde funktionieren. Ich weiß nicht, was bei ihm schiefläuft. Aber es funktioniert ja anscheinend nicht. Zu dem Programmieren kommen wir gleich nochmal. Da habe ich jetzt was Schönes auf dem Develop-Banner-Blog entdeckt. Das ist der Mart-Update von 2020. Das Spiel ist 2014 in Planung. So in dem Raum 2016, 2017 sowas. Da habe ich das aktiv selbst mitverfolgt. Ich fand das ja halt auch interessant. Da war es Neues. Ich fand es dann halt langweilig, weil nicht viel passiert ist. Dann schauen wir mal, was jetzt so passiert ist, weil jetzt haben wir 2020. Der Typ sollte ja dazugelernt haben, der Jan Reneff. Der erste Absatz ist, Osana ist immer noch nicht direkt im Spiel. Er arbeitet immer noch an Osana. Er hat 2017 an Osana gearbeitet. Sie sollte rauskommen. Sie sollte funktionieren. Also Osana ist ja der Rival. Es ist ja ein Key-Element im Spiel. Er ist immer noch nicht da. Und es ist einer von zehn Rivalen. Also ich weiß nicht, was Jan Reneff so treibt. Ich habe mehrere Videos geguckt. Dadurch bin ich jetzt auf dieses Thema gekommen auf YouTube. Wo halt, ja, diskutiert wird, was denn so getrieben wird. Und er verblendet sehr viel Zeit mit Nichtigkeiten, mit Kleinigkeiten. Anstatt halt an den Key-Elementen am Spiel zu arbeiten. Das ist ja, normalerweise arbeitet man im Games Pro, also wenn man Games erstellt, arbeitet man von grob nach fein. Es ist immer die Regel. Egal, was du machst in dieser Richtung. Du machst erst grob, dann fein. Du machst erst grob das Gerüst, dass alles halbwegs funktioniert und das Spiel an sich das tut, was es soll. Und dann machst du Feinheiten dazu. Das ist halt flüssiger Läufe. Das ist halt das extra. Da gibt es halt nur Minispiel dazu. Dann machst du da neue Animationen, dann machst du da noch mal einen Charakter. Dann machst du dies und jenes. Aber diese Key-Funktion, die jetzt bei Yandere Simulator sind, du bist ein Yandere, du hast einen Senpai und der hat Rivalen. Yandere und Senpai sind da. Die Rivalen nicht. Das ist eine der Key-Elementen. Das, was halt wichtig wäre, dass das Spiel spielbar ist. Der fehlt. Nee, es werden stattdessen irgendwelche sinnlosen anderen Leute random dazu gemacht. Es wird eine Straße dazu gemacht, die man jetzt nicht braucht. Das kann man anders lösen. Es wird so viele Kleinigkeiten geändert. Anstatt halt an dem zu arbeiten, was man eigentlich als Grundgerüst braucht. Also, man baut hier ein Haus, baut das Fundament halb und dann baut man weiter. Anstatt man erst mal das Fundament fertig macht, dass das Haus halt wirklich drauf steht. Nee, man macht dies und das und jenes, aber nicht das, was halt wichtig ist, dass das Spiel spielbar ist. Ja, nur das halt schon seit so langer Zeit. Es gibt viele Spiele, gerade im Inimarkt, die alleine von einzelnen Leuten gemacht werden. Die funktionieren. Das funktioniert. Teilweise sogar Leute, die einfach mit Programmieren nichts am Hut hatten, wie er jetzt zum Beispiel. Er hat keine Ausbildung oder so weiter als Programmierer. Er hat schon mal an einem Spiel gearbeitet, hat darauf Feedback gekommen von Leuten, die sich auskennen, sagt, das und das musst du ändern, fand er kacke, fand er doof, weil ihr seid alleifersüchtig und hast dich gesehen und will nicht dazulernen. Es gibt auch viele Spiele oder einige Spiele auf dem Inimarkt, wo die Leute sagen, ja, ich habe jetzt keine Ahnung, bringen wir das im Laufe dieses Projektes bei. Und das funktioniert. Das hat ja funktioniert für die. Geht nicht immer, aber ist eine Möglichkeit. Und er arbeitet jetzt schon so ultra lang an dem Spiel und tut sich halt nichts. Er verbessert sich nicht. Er will nicht dazulernen. Er will eher nur bemitleidet werden. Oh, ich armer Kerl, mach das jetzt alleine. Anstatt er sagt, okay, ich mache jetzt das Spiel. Das hat eine Fanbase. Jetzt weniger, weil es ist viel Scheiße gelaufen. Aber er hat immer noch eine Fanbase. Anstatt er sagt, okay, ich lasse das sein, mit dem ich arbeite alleine, weil er kriegt ja über Patreon und so weiter, bekommt er Geld immer noch. Anstatt er sagt, okay, läuft jetzt nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich hole mir Leute dazu und lasse die arbeiten. Hat er auch 2017 schon getan. März bis Dezember war er bei der Firma TinyBills, die sich darum kümmern könnten, seinen Spaghetti-Code zu entwirren und ihn funktionsfähig zu machen. Bis Dezember war das nur. Da hat er sich von TinyBills verabschiedet und sagt, ja, die würden ja Sachen machen, die er halt nicht so gut findet. Wird wahrscheinlich einfach daran gelegen, nehme ich jetzt mal an, er hat den Code einfach nicht verstanden, weil er jetzt mal ordentlich war, dass das Spiel funktioniert. Ja, schon eine seltsame Geschichte. Das sind jetzt halt die Sachen, die ich gehört habe. Wird vorschlagen. Das war jetzt halt viel programmiert. Wird vorschlagen. Ich schaue uns das Spiel jetzt selber an. Ich habe es ja gedownloadet. und gucke uns halt an, was jetzt läuft und halt nicht. Okay, ja. Ja, wie gesagt, wir haben das Spiel noch nicht gestartet und es funktioniert schon nicht. Entpacken. Hier entpacken. Ich will die Excel-Datei. Ich muss mir jetzt das Spiel nochmal runterladen, weil es nicht funktioniert. Diese beiden Sachen möchte ich entpacken. Ich entpacke die auf D. Vielleicht hilft das ja, wenn man sie nicht in den Download-Ordner entpackt. Wir haben noch nicht angefangen und es funktioniert schon nichts. Ah, da haben wir ihn. 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 Das ich jetzt auf Max-Quality laufen. Warum eigentlich nicht. Versuch, mach klug, weil ich weiß ja eigentlich schon... Ich nehme an, ich weiß, was passiert. Das ist ja schon ein Problem. Das ist ja schon lange, lange läuft, Was auch wieder auf den Code zurückzuführen ist, dass das Spiel halt eine sehr, sehr kacke FPS hat. Mir sagt, es läuft halt alles bei solchen Sachen. Es läuft alles auf den Code zurück. Wenn der Code nicht funktioniert, läuft alles andere nichts. Das ist die Basis. Der Code ist die Basis, wobei alles läuft. Da kannst du noch so gute oder schlechte Sachen haben, sobald dein Code nicht läuft, läuft halt nichts. Da kannst du nicht sagen, oh ja, die Animationen rendern so viel. Oder die Materialien rendern so viel, die Assets rendern so viel, da ist so viel los. Es läuft alles auf den Code zurück. Okay, er hat Sponsoren gefunden. Ich kann Settings nicht auswählen. Warte mal, nicht raus tippen, ohne dass wir alles abstürzen. Das ist ein Armutszeugnis. Ich kann keine Settings einstellen. Selbst das bekommt er nicht hin anscheinend. Ich kann es nicht machen. Das ist echt ein Trauerspiel. Ich hatte, wie gesagt, ich war ein Fan dieser Serie. Es ist nie so, dass ich das gehasst habe. Ich habe das geliebt. Ich fand das cool. Ich fand das lustig. Es war was anderes. Ich habe halt angefangen, bevor ich meine Ausbildung gemacht habe. Jetzt bin ich dabei noch. Ich habe ein bisschen mehr Spielerfahrung. Und wir wollten das einfach mal ansehen. Auch einfach dadurch, dass es einfach wieder bei mir durch YouTube gelandet ist. Wir wollten einfach mal sehen, was gelaufen ist. Ich dachte, nochmal zurückzukommen beim Spiel. Solange dein Code nicht funktioniert, funktioniert halt alles andere nicht. Wenn es kacke läuft, ist es oft der Code. Er hat als Ausrede, ja, Animationen rendern zu viel. Die werden zu viele gleichzeitig gemacht. Das ist auch wieder eine Sache. Okay, sag deine Engine aber. Du musst nicht alle Animationen zeigen. Oder alle gleichzeitig ausführen, die ich nicht sehe. Das verstört mich gerade so ein bisschen. Oder auch, dass halt, so wie ich das gesehen habe, scheint auch das Weltbau, die Weltbauern sich so zu laufen, dass halt alles immer vorhanden ist. Oft ist es bei Spielen so, gerade bei großen Spielen mit großer Fläche, dass halt nur das gerendert wird, was halt im Sichtbereich und minimal drüber hinaus ist. Das, was hinter einem ist, gerade so Bäume etc. sind weg. Die werden nur im Sichtfeld gerendert und dargestellt. Und halt, umso weiter zurückkommst, gibt es ja LODs, die sagen, okay, ich bin jetzt, wenn ich nah bin, bin ich sehr scharf, habe viele Polygone und bin gut zu erkennen. Bin ich weiter weg, habe ich ein anderes Modell, das so ähnlich aussieht, aber auf der Entfernung nicht auffällt, das halt weniger Polygone hat. So spart man sich auch wieder Rendering. Und das ist halt auch so Sachen, die über den Code funktionieren, die programmiert werden müssen. Sonst weiß das Spiel ja nicht, was das zu tun hat. Solche Kleinigkeiten ist halt, wenn es an Masse aufkommt, gerade bei den Charakteren. Er hat so viele einzelne, lose Leute da drin, die permanent in Aktion sind, die nicht gesagt werden, okay, wenn ich ihn sehe, machen die nichts. Und es werden Situationen getriggert, wenn ich in diesen Bereich komme. Das hat er nicht. Es läuft alles zusammen gleichzeitig und braucht man sich nicht wundern, dass es halt nicht läuft. Das sind so die Sachen, die ich halt im Voraus abgecheckt habe, die ich euch erklären möchte. Ja, wir gucken uns das halt mal an. Ja, ja, die Book-Cookstart. Achso, okay. Falte die Taste. Und jetzt gucken wir uns halt einfach an, wie sieht das Spiel aus. Hoffentlich funktioniert es. Yay. Okay, und auch wenn wir jetzt schon Richtung Assets, Texturen und so weiter gehen, die meisten seiner genutzten Sachen, die sind immer noch gestohlen. Und ich werde das im Laufe des Spiels mit euch testen und gucken und schaue mir die Objekte an. Die meisten Assets sind gestohlen. Viele aus dem Unity Store. Wurde halt gekauft. Gestohlen, gekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob er sie tatsächlich gekauft oder gestohlen hat. Sie sind halt aus dem Unity Store. Sind Placeholder. Sind eigentlich dafür da, okay, nutz sie jetzt und mach schönere später. Wir sind seit 2014, seitdem das Spiel läuft, seitdem es geplant ist, hat er diese Assets drin. Auf seine Charaktermodelle. Sind halt einfach eins zu eins übernommen, geklaut. Er hatte kaum was dran verändert. Und sagt, ja, ich mach das dann später. Jetzt später, 2020, ist sie nie immer noch gleich. Es ist immer noch der gleiche Charakter. Und jetzt ist halt auch für ihn die Zeit gekommen, wo er sagt, es ist jetzt zu spät, um diesen Charakter aufzubauen. Weil man kennt sie. Man weiß, wie die aus dem Moment ein komplett anderer Charakter kommt. Dann würde man sagen, nee, das ist jetzt falsch so. Das ist jetzt nicht den, den ich gebucht habe. So geht es halt mit den ganzen Assets. Die sind viele halt wirklich aus dem Store oder halt auch aus anderen Spielen geklaut. Auch einige Texturen habe ich mitbekommen. Jetzt die Gras-Textur. Ich hoffe, die hat er mittlerweile ausgetauscht. Das war ein Riesenthema, was ich mitgekriegt habe. Das sind unter anderem halt auch Gras-Texturen. So simple Sachen. Das ist einfach nur eine gemalte Textur. Das ist kein Asset, kein nichts. Eine gemalte Textur hat er geklaut. Anstatt er sagt, er macht sie selber oder lässt sie herstellen. Weil, wie gesagt, das war eine simple Textur. Die hätte man ganz einfach, wenn man weiß, wie, mit Photoshop zu noten malen können. Es würde funktionieren. Malst du Textur, haust dir auf dein Material drauf und hast du Gras. Weil er hatte, wie gesagt, nur eine Textur und keine Assets dafür. Selbst solche Sachen haben halt nicht funktioniert. So einfache, simple Sachen, so Beginner-Sachen. Das hat er nicht hinbekommen. Das ist schon ein Trauerspiel. So. Was können wir? Wir können laufen. Jetzt schauen wir uns um. Kann ich das benutzen? Ich mache die Maus an die Seite. Wir können hier anscheinend... Jo, nix. Anime. Och, die... Nee, muss ich jetzt nicht. Was haben wir da? Wir haben keine Fotos gemacht. Mein Hüchstchen. Achso, da war ja was. Ja, komm, wir neben Erdbeeren. Hab ich jetzt ausgewählt? Anscheinend. Doch, die Rinder-Kralität ist echt nicht gut. Ihr seht, wir haben hier... Ja, so gut wie keine Schatten. Hier ist so ein komischer Blur drüber. Also... Modelle sind... Ja, okay. Aber sie sind auch nicht einheitlich, finde ich. Irgendwie passt das nicht so wirklich zusammen. Also es ist jetzt halt auch mehr... Also an und für sich sind... Ja, okay, der Vorhang ist ein bisschen seltsam. Es ist... Okay. Für ein Indie-Spiel... Sind sie okay. Wir wollen da mal nicht so meckern. Wir gehen mal in den Keller. Uff, 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 das tut weh. Oh, der Stuhl. Wer zur Hölle. Wer ist hier mal? Also das ist mal ein hässlicher Stuhl, wenn ich einen gesehen hab. Oh, die Textur ist auch voll verkackt. Das ist einfach nur so ganz simpel. Einfach drübergeklatscht. Einfach so eine Random-Holz-Textur. Da ist keine Struktur, nichts dahinter. Ah, das tut weh. So Sachen baut man, wenn überhaupt, im ersten Semester, aber nur ganz am Anfang, die ersten zwei, drei Monate, dann weiß man, wie viele Texturen funktionieren. Wird wahrscheinlich einfach ein Anfänger gemacht, der das zu irgendwo gemacht hat, und dann hat er es halt übernommen geklaut. Die Kartonagen sehen besser aus. Ja, die dicken Outlines... Normalerweise mag ich dicke Outlines, aber die passen hier nicht so. Die sind auch so... ...so komisch platziert. Manche sind dick, manche sind dünn, aber nicht irgendwie alle in die gleiche Richtung. Jetzt gerade hier, ähm... Der kleine Karton hat fast nur dicke Linien, dann der große, offene da hinten, der hat da hinten dünne Linien, und hier vorne... Aber dicke, das sieht irgendwie seltsam aus. Ich würde den Shader-Muse überarbeitet werden. Aber es tut weh. Da habe ich eine Kassette. So, das waren die Tonbande. Auf die lasse ich mal liegen. Ich habe jetzt keine Lust zu hören. Das ist auch die Tonband. Immerhin, die Wandtexturen sind okay. Schrank ist auch... Was man da auch rausholen könnte mit einem vernünftigen Shader und vielleicht vernünftige Normal Maps auf den Modellen. Die sind doch alle sehr kantig. Oder möchte er das so kantig? So, dann hat er wieder Geschmackssache. Ton? Ah, da kann ich nicht reingehen. Und er ist so in die Schule. Okay. Mal gucken. Ach, er hat eine Karte! Yay, da kann man sich in der tollen Schule verlaufen, weil... Wozu brauchst du eine Karte? Das ist nicht viel. Das ist eine Schule, da bist du durchgelaufen schnell, und dann weißt du, wie die funktioniert. Nee, die hat ja keinen mordsmäßig komplizierten Aufbau. Wenn du da einmal rumgerannt bist, weißt du, wie die aussieht. Selbst ich mit einer Orientierung von der Erdnuss komme zurecht, weil der Aufbau ist halt so simpel. Du brauchst keine Karte. Glückstens wird es wahrscheinlich genutzt, wo es halbwegs Sinn machen würde, wenn er sagt, okay, ich zeige an der Karte an, wo ist Senpai, wo ist Rivale, wo ist mein Ziel, oder so weiter. Ups, das war die Falscheinwolltrennen. Will man was checken, ob er die Animation... Okay, wie ist es in die Xbox-Controls drinnen? Hat er es vor, für die Xbox rauszubringen? Oh, das hängt. Ist auch gar nicht glitschig. Ich will mal gucken, ab wann passiert es. Ja. Ich hab's gewusst. Animationen haben wir auf. Okay, er hat immerhin schon mal ein bisschen gearbeitet, dass Animationen aufhören. Nur der Radius halt nicht gut eingestellt. Es hat auch wieder eine... Das sieht so lächerlich aus. Wir fangen alle Schlittschuhe. Okay. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmals um. Der hat auch im Anime-Spiel nichts verloren. Das ist auch wieder... Man sollte schon in eine Richtung gehen, was halt an Assets und so weiter aussieht. Für ein Anime-Spiel sieht der Busch doch schon zu real aus, würde ich jetzt schon fast meinen. Das ist auch nur so 4, wo so ein paar Äste rausgucken. Das ist jetzt vertretbar, aber wie gesagt, optisch finde ich den nicht passend zu so einem Anime-Spiel. Ach, hier waren wir doch beim Gras. Ich glaube, das ist eine andere Textur. Wie gesagt, das ist nur eine aufgemalte Textur. Er hat kein Gras-Asset und sonst was. Das ist nur gemalter Boden. Was okay ist. Für so ein Indie-Spiel vertretbar, kein Problem. Das ist halt einfach nur gesimpelt maltes Gras. Och, die Rinden. Ey, das ist dieser Mix. Das ist irgendwie, finde ich persönlich nicht schön. Gerade du hast ein Anime-Spiel, du solltest dann auch im Anime-Thema bleiben und halt eine gezeichnete Textur nehmen für den Baum, für den Busch und nicht einfach hier ja, halt relativ reales. Hier oben bei den Kirschen ist es wieder schöner. Da hat er einfach, ja, die passen optisch besser zu dem Spiel. Obwohl die auch so komisch-shaky sind. Ich hab keine Ahnung, was da abgeht. Sollen die so sich bewegen? Die glitschen hier durch den Ast durch. Seht ihr das? Das ist verwirrend. Okay. Wir schauen uns weiter um. Hier haben wir noch so ein Busch. Das ist aber auch nicht der gleiche. Aber es ist auch wieder so reale Assets. Hat auch einfach eine Kiste und ein paar Zweige rein. Was komplett vertretbar ist. Würde wahrscheinlich auch nicht auffällen, wenn man sich nicht draufhaken. Seht ihr das? Das ist einfach nur so eine Box und dann haben wir ein paar Äste raushängen. Kann man machen. Ist komplett legit, aber das passt halt optisch nicht zu dem Spiel. Die Röschen passen wieder das darunter nicht. Sollte ich gucken? Wie war das? C war Coach. Sagt auch Es ist okay für Ich bin tatsächlich Ach, das sind keine Erdbeeren. Okay, ich glaube, ich muss das 18-Schall-Nomänder setzen wir auf. Hallo, ich möchte den Busch ansehen. Nee. Kann das sein, dass das alles über ihr Höschen zentriert ist? Das will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt sehen. Ich will keine Höschen von Kindern sehen. Die ist ja in der Die wird Wie soll die sein? 16? Die geht ja immer noch in die Schule. Ah, das tut auch so. Soll der rund sein? Das Wasser ist rund. Nee, nee. Die Wellen sind komisch. Soll der rund sein oder soll der so eckig sein? Der soll so eckig sein, aber das ist jetzt halt keine Also ich finde den jetzt nicht hübsch. Ist ja okay, ist halt Geschmackssache, aber eckig oder rund? Schreibt Ich kann ja mal in die Kommentare schreiben. Findet ihr den gut so oder solltet der doch rund sein? Ich hab den Boden irgendwie mal rund. Die Säulen in der Mitte, okay, eckig, aber außen ist das eckig? Ich hätte das rund gemacht. Und dann haben wir auch wieder hier realistische Texturen auf Bäumen in einem Anime-Spiel. Also das ist so und die Auflösung ist halt auch nicht geil. Die ist voll verwaschen. Entweder Hürde hat. Die Blätter sind cool. Partikeleffekte. Ich liebe so was. So Partikeleffekte sind klasse. Die hat er schön gemacht. Und unten liegen auch so ein paar. Knitschen die durch, oder? Ne, die verschwinden einfach. Kann man machen. Ist okay. Auch hier, die hat ein Asset genommen und das gespammt und ab und zu mal ein bisschen gedreht. Kann man machen. Ich würde jetzt halt aber auch für den Bereich jetzt sagen, okay, er baut zwei, drei Bäumchen und platziert die immer ein bisschen anders und dreht die. Würde optisch schöner aussehen. Das ist halt ein Indie-Spiel. Das ist jetzt kein Triple-A-Titel. Also vertretbar. Die Meister, die das können, Asset Spam, ist Dark Souls. Das ist so geil, wenn ihr da mal guckt. Ihr müsst mal gucken. Jetzt halt im Game direkt ist schwierig, aber ihr müsst mal, wenn ihr Let's Plays oder so guckt, bei Dark Souls mal gucken, welche Asset sie benutzen. Die haben oft einfach ein und dasselbe gespammt überall. Das ist so lustig, wenn man das weiß. Aber es fällt einem halt im Spiel nicht auf, weil man macht im Dark Souls kein Seitseeing. Und hier auch wieder realistische... Das passt so gar nicht rein, die Pflanzen. Das finde ich nicht gut. Wir haben auch... Okay, der Sandboden, der hat eine ganz andere Struktur wie das Gras. Finde ich jetzt halt nicht gut. Hier, die Karotten sind cool. Die passen. Auch wenn das Grün ein bisschen seltsam ist, aber die passen optisch besser wie jetzt Gestrüpp. Die sind halt doch mehr in so einem Anime-Cartoon-mäßig. Da haben wir so ein Häuschen. Ach, haben wir auch wieder eine realistische Textur drauf? Das passt nicht. Das ist halt einfach so zusammengewürfelt. Kann ich das öffnen? So, öffnen? Und das hier ist dann wieder so ein Low-Effort einfach... Das hat nicht mal eine Normal-Map, glaube ich. Sieht nicht so aus. Und wenn ja, ist die Kacke. Du hast hier Sachen mit Normal-Map, die ein bisschen gewebbelt sind, und dann hast du so Komplettkasten... Das passt alles nicht zusammen. und dann sieht man wieder, dass er einfach random irgendwelche Dinger genommen hat. Der ist schon schöner gemacht. Aber der Shader sieht auch irgendwie... Das mit den Linien irritiert mich. Ist halt auch wieder eine selichtige Sache. Die muss nicht eben gefallen. Kann man machen. Boah, das hängt. Und das kann nicht an meinem Computer hängen. So kacke ist der nicht. Das ist doch glücklich die Framerate. Ein Kätzchen. Oh, Mini. Voll süß. Und dann auch wieder so... Oh, da ist die Textur auch komplett verkackt beim Fell. Da hätte er es einfach auch nicht texturieren. Also eine texturierte. Wie gesagt, die Assets sind ja eh geklaut, aber dann hätte er halt vernünftige, zusammenhängende Assets klauen sollen, wenn er schon klauen muss. Auch hier ist irgendwas. Ich weiß nicht, ob es am Shader liegt oder an der Rendering. In den schwarzen Schatten irgendwie sieht nicht so gut aus. Wen haben wir hier? Die Kartonagen. Noch ein paar Kollegen. Die Schwänzen auch? Nix. So seid ihr. Die sehen auch alle gleich aus. Ja, der passt hier auch nicht ganz rein. Der Müllsack ist klasse. Der ist ja auch wirklich komplett deplatziert. Oh, das tut schon. Oh, die verteilt was. Kann ich haben? Ich will was essen. Gib mir her. Dann halt nicht. Oh, so ein japanischer Gabel. Oh nein, das war so hart. Das sieht viel aus. Auf einmal überlege ich, wie lange das schon in Planung ist, wie lange das läuft. Da hat er dann nicht gesagt, okay, ich hole mal ein, zwei Artisten, die halt dann dran arbeiten. Ich wette, er hatte so eine Fanbase, er hätte bestimmt Leute gefunden, die ein paar Assets gemacht haben, wenn er dann nett gefragt hat oder ein bisschen was bezahlt hat. Das ist halt, es ist eine Menge Arbeit, ein Assets zu bauen. Auch so ein Shader, dass er sich hat, okay, ich hole mal einen Artisten, der davon Ahnung hat oder ein bisschen mehr Ahnung wie er und nicht einfach alles klaut, dann sähe das auch einheitlich aus. Hier passt ja so gar nichts zusammen. Ist ja diese Real, das ist jetzt, okay. Hier ist die Alpha verkackt, deswegen hast du hier schwarze Fümmsel noch dran. Das passt halt so gar nicht. Das ist mal halt, hast du echt anständige Assets dritte, dann hast du, die Brücke sieht auch eigentlich super aus. Ein bisschen weniger trickig, das ist halt, gehe ich mir zu dem Anime-Sleepers, aber vom Modell her, sieht die gut aus. Auch die anderen, die meisten Sachen, aber dann hast du halt, diese Texturen würde ich halt komplett überarbeiten. Er hat die Assets ja, Texturen sind jetzt halt so, ja, die malst du halt an. Gerade bei so einem Anime-Spiel, da ist ja halt, äh, mehr mit Gradienten gearbeitet und mit Farbe, anstatt es halt wirklich Textur drauf zu hauen. Die malst du quasi nur billig aus, wenn du so willst, wenn du es ganz grob runterbrichst. Die meisten Sachen hier sind ja einfach nur, ausgemalt. Ja, und dann halt so ein realistischer Glass-Shader, das, 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 die ganzen Sachen sind halt einfach nur billig ausgemalt, dann sollte er halt, oh, wir sind kein Junge, wir dürfen da nicht rein, wer auch immer hat den da weggeschubst, der hat uns eigentlich weggeschubst, der läuft ja einfach gegen die Wand. Da ist einem wohl die Animation ausgegangen. Weil dann sollte man halt bei einer Sache bleiben, entweder man malt das alles billig aus und macht so simple Texturen, wie jetzt hier die Fliesen oder so, und halt alles in diese Richtung und nicht einfach mal so, mal so, mal so. Ist da für Placeholder kein Ding, die packst du rein, weil halt die sind gerade da, aber man sollte die dann halt austauschen und da ist er schon weit drüber hinaus. Also mir sieht eigentlich auch voll fancy aus und Bart. Was soll denn der Hocker da vor? Ist das so in Japan, dass man dann, obwohl die Hocken sich da vor, aber dann müsste da nicht noch eine Dusche davor sein? Seltsam. Hocker vom Becken, entweder halt kulturmäßig oder ich rauch's halt nicht. Oh, wie diese Cookie Cutter. Einfach nur neue Frisur und ein anderes Auffit ist ein neuer Charakter, aber gesichtsmäßig sind die alle gleich. Wir haben alle die gleiche Gesichtsform. Ich hab auch was gelernt, weil ich in die Sporthalle gegangen bin. Das zieht sich durch, dass halt die, hier geht's ja an für sich noch. Die passen halt, die passen zusammen. Mir stehen im Eimer drin. Collision nicht vorhanden. Aber dafür hat der Schrank eine ziemlich große Collision. Das ist schon, ich kann nicht an den Schrank gehen, da ist mir eine Collision im Weg. Also eine unsichtbare Blockade von irgendeinem Asset. Ich weiß, wahrscheinlich einfach der komplette Schrank. Aber so ein Eimer, der kriegt keine. Der hat keine Collision, kann durchlaufen. Da auch? Kann ich durch Menschen durchlaufen? Habt ihr Collision? Ihr habt eine Collision. Ihr habt eine. Keine gute, aber ihr habt eine. Man kann hier einfach in die Menschen reinlaufen. Okay, Menschen Collision ist halt auch, der hätte ein bisschen größer machen können. Der Schrank Collision kleiner, Menschen größer. Das sind Theaterleute wahrscheinlich. Kostüme, kann ich welche anziehen? Kostüme, kann ich welche anziehen? Guck ich auch. Ganz viel Kleinkram. So, er hat das überall gespammt, aber richtig. Ist ja okay, wenn man Zeug verteilen will, aber dann mach es halt doch nicht so offensichtlich. Ändere die Farbe, ändere, ja generell, spammen nicht komplett alles zu, dass es halt so obvious ist. Man kann auch gerade bei den Advice die Farbe ändern, andere Pinsel und sonst was. Man muss es nicht so obvious machen. Andere Spiele kriegen es auch hin. Das funktioniert. Das war jetzt so, dass es halt nicht so auffällt. Aber das war ja todesoffensichtlich. ist das der Shader oder wie war er da so? Ja, ach, er hat ja diesen, seht ihr diesen dicken Rand? Aber nur bei dem Baseballschläger. Das ist wahrscheinlich, weil er ihn aufheben kann. Kannst du ihn aufheben? Ich lasse ihn mal liegen, wir wollen uns hier angucken. Also ich werde jetzt das Spiel direkt nicht spielen, weil es ist ja eh unspielbar. Es ist nicht fertig, weil es der Gravase und sonst was fehlt. Und auch wieder dieses komische Wasser. Aber ja, der hat eine Kulition gemacht. Das wäre jetzt einfach bei Jesus bei Wasser laufen. Und der ist auch fest. So ist es ja lustig, wenn man den bewegen könnte. Hey, selbst ich krieg Physix hin. Mit der Anheal Engine ist das kein Ding. Also Physix einstellen, da hast du. Musst du nur einen Schieber ziehen. Ich weiß nicht, wie es mit Unity ist. Ich habe mit Unity selbst nicht gearbeitet. Aber Physix, so ganz simple Physix, einfach, dass sich was bewegt, wenn du es antippst. Das ist jetzt nicht so das Mots-mäßigste. Das sollte man schon hinkriegen. Hier der einzige Berg, einzigste Erhöhung. Immerhin ist der nicht komplett verzerrt. Und hat er hingekriegt. Das haben wir schon auch geklaut. Ach, die Karte dabei aber. Ähm. Okay. Ah, jetzt funktioniert die Karte. Okay, die Bühne ist ein bisschen abgespackt. Wo sind wir? In der Sporthalle. Es wird auch nichts angezeigt. Und hier hat er einfach alles übernommen. An Texturen. Hier sieht man Gezeichnete für die Flure und dann halt Echte für die Sporthalle und so. Aber wo sind wir? Wir werden nicht angezeigt. Wir sind nicht vorhanden. Vielleicht werden wir ein bisschen weiter runterlaufen? Werden wir jetzt angezeigt? Jetzt sind wir da. Da oben existiert anscheinend nicht. Oder habe ich es einfach nur nicht gesehen? Und bin blind. Wenn man Copyright verhindern möchte, ist es eine kreative Lösung. Muss ich schon sagen. Ich glaube, es ist lustig. Gerade hier, das ist das. Pritzi gefällt mir. Das ist klasse mit dem Ying Yang. Pritzi ist gut. Oh, hier waren wir schon. Äh, da ist jetzt der Rinder der Garten. Okay, ich habe mich. Ja, wie war das? Hümmel in der lechten Karte. Lauf in die falsche Richtung. Hä? Nein, kann nicht sein. Das war die Richtung. Er hat das einfach. Er war links und rechts genau dasselbe. Den gleichen japanischen Garten und das gleiche Labyrinth. Kann das sein? Ja, es ist einfach. Hier hat er ein Labyrinth und da hat er ein Gemüseblatt. Aber der hat diesen japanischen Garten einfach Copy-Pasted ein paar Kleinigkeiten geändert. Das ist schon dreist. Das ist schon richtig dreist. Er hat ein anderes Haus hingestellt. Das ist hier halt ein anderes Haus. Kann ich auch weinen? Ich würde sagen, mein erstes Heft sieht aus wie was man in der Schule nicht lesen sollte. Außer mal so ein ganz harter, der halt auch das Playboy mitnimmt. Er hat auch in der Schule einen. Der hat auch Playboy gelesen im Deutschunterricht. Kann man machen, wenn man denn möchte. Schule war schon seltsam. Wir hatten keinen Jandre, der ich glaube, ich tue mir das Labyrinth nicht an. Ich habe den gleichen Brunnen. Das ist legit. Das kann man nehmen. Ist auch einfach das Gleiche. Bei so einem Baum ist es nicht so schlimm. Den kannst du drehen, dann zieht es da nicht. Aber so einen kompletten, einfach so ganz dreist, so ein komplettes Außenareal. Einfach Copy-Paste und einfach nur da kommt einer zu spät. Verloren. Ne, der kommt da rein. Da ist ein Vogel. Okay. Renn mal. Das ist schon dreist. Der war wahrscheinlich Fan-Arts oder sowas. War aufgehoben. Also er hat eine Fan-Base, die schon Sachen für ihn macht. Er hätte fragen können, dass sie halt Texturen oder so fürs Gras oder sowas malten wir mal ein Gras. Das hätte genug Leute gegeben. Ich sagte, ich könnte mal den Grasboden oder sowas. Hat die eine Pfanne? Ah ne, das ist ein Rucksack. Ja, gerade hier beim langen Haar und das glitscht halt einfach überall durch. Ich mache hier so einen eckigen Brunnen. Was ist drinnen? Ein Brunnen? Ne. Seht ihr das? Was ist das? Ganz oben. Buh. Das ist weg. Da ist so ein schwarz. Im innen mit klaren Ding, als würde da irgendjemand drinnen sitzen. Ein kleiner Yoda oder sowas. Okay, hat man gar keine Blumen gemacht. Die hat man einfach aufgemalt. Aber da noch wieder realer. Da hätte er einfach die Rosen nehmen können, die er schon draußen hat. Macht sie ein bisschen kleiner und färbt sie halt ein. Das ist jetzt, wie kann er im Shader einstellen? Da muss er nicht irgendwie jemanden bezahlen, der halt, ja, die macht die roserot. Der hätte im Shader einfach rot machen können. Das funktioniert. Das kann man machen. Farben kann man problemlos ändern. Gerade bei so einfeiligen Sachen. Kein Ding. Kannst einfach problemlos andere Farbe drauf. Die hat auch wieder auf den Tischen so ein Holzmuster. Ich mag Holz. Mit Holz lässt sie super bei Essays arbeiten, weil es viel verdeckt. Aber es passt halt zum Stil nicht. Passt so gar nicht. Bad hat es... Oh, okay, im Bad ist kein... Im Bad gibt es keine Beleuchtung oder wie. Ist die aus oder soll das so, oder soll das oder ist das mit Absicht? Hier, sowas ist doch ein bisschen dick, aber für den Spiegel an für sich. Okay. Besser wie der Glas. Der sah ja schrecklich aus in den Fenstern. Lauf machen. Oh ja, Milchwasser drin. Ja gut, Wasser im Klo, das passt schon. Man sollte im Klo Wasser haben. Mal hier. Moment, warte. Okay, die Toilette kriegt keine Collision, aber das Wasser oder wie? Wasser hat Collision. Ja, okay. Toilette ist nicht wichtig. Das ist seltsam. Mal mal durchglitschen. Und auch hier. Das Asset ist halt auch die Toilette. Dafür, dass ich halt so nah rankommen kann, hat das halt echt viele Kanten. Also es ist kein schönes Asset. Nicht wirklich. Es ist alles eckig und kantig. Die anderen Sachen waren schöner gemacht. Da waren einige rein. Die hatten super Rundungen und sonst was. Bei dem Waschbecken sind auch so ein paar Sachen kaputt. Da funktioniert die Beleuchtung, also Light, das ist die, die Waffnis funktioniert glaube ich nicht so ganz. Ich weiß nicht mal, was kaputt ist. Seht ihr das? Dieses Einflipolygon, die sieht man raus. Die sollte man eigentlich so nicht sehen. Da ist die Mindmap oder sowas kaputt. Und die Röhre auch wieder mit der Textur. Das tut schon weh. Ich meine, das sind wahrscheinlich einfach so Store-Assets, wo einfach einer geübt hat und sagt, ich packe die jetzt da rein, weil halt, kann man halt als Placeholder problemlos nutzen. Das spricht nichts dagegen, damit man sich okay, da ist ein Waschbecken, das nehme ich mir jetzt einfach. Der Fall ist jetzt schon wieder okay gemacht. Aber die sollte man halt austauschen. Das ist denn da unten kaputt. Das ist das ganze Modell ist kaputt. Das ist echt nicht gut. Ach, der Mülleimer dahinter ist so ein Dreieck. Ach, die Sachen sind als Placeholder. Kein Ding kann man machen. Aber die sollte man halt austauschen. Wie gesagt, der arbeitet, der hat schon jahrelang an dem Spiel. Dass man sagt, okay, ich habe jetzt ein Spiel, okay, ich habe Patreons, die bezahlen mich monatlich. Dass man sagt, okay, ich kaufe von dem Geld vernünftige Assets oder lass mir Assets erstellen. Er hat das Geld. Er muss halt einfach generell an dem Spiel arbeiten und nicht so minimale Teile machen. Er hat ja Geld. Er hat das Funding. Also Funding. Er hat Geld. Er hat, wie gesagt, er hat ja Geld. Er hat ja Patreon und sonst was. Es läuft ja alles. Er müsste halt es nutzen. Für sein Spiel nutzen. Das ist ja doch das, was er laut seiner eigenen Aussage machen will. Der möchte dieses Spiel machen. Dass er sich halt so querstellt. Das verstehe ich nicht. Die Flammen sind auch okay. Für Okul passt schon irgendwo geht, geht klar. Kann man machen. Kippchen. Hier ist ja aber Polygone des Todes. Die Vasen. Also das ist jetzt, das kannst du nicht mehr als gewollt abstempeln. Das ist einfach alles überall harte Kanten, keine Weichen. Dann wird das so kantig. Alpha funktioniert auch nicht. Die Gläderbügel. Das Schwarze sollte eine Alpha sein. Das ist einfach nur nichts gegen die Leute, die die Assets erstellt haben. Das waren wahrscheinlich aber Leute, die getestet haben, die ausprobiert haben. Das sind keine Profis, die irgendwas gemacht haben. Das sind einfach random Leute, die Assets erstellt haben, die es ausprobiert haben, dann hochgeladen haben. Dass man so halt einfach sagt, okay, das nehme ich jetzt in mein Spiel mit rein und lass das da drin. Wie gesagt, die sind ewig schon da drin. Es ist nichts verbessert. Du hast nicht mal einen Boden drin. Dass man sagt, okay, das ist kein Problem, wenn du solche Sachen am Anfang reintust als Placeholder. Aber das läuft jetzt schon über fünf Jahre und er hat dieses Assets nicht ausgetauscht. Das verstehe ich nicht. Auch generell, er arbeitet halt anscheinend nicht am Spiel. Das ist jetzt, er hat ein paar neue Sachen reingestellt. Ja, hier steht jetzt alles voll mit Zeug, aber das ist jetzt halt nicht das Wichtigste. Sollte vielleicht sein Spiel mal funktionsfähig machen und nicht alles vollstellen mit irgendwelchen Zeug. Zumal mit Zeug, das offensichtlich irgendwo geklaut wurde, weil, er sagt, das sieht einfach aus wie Übung. Ich mache jetzt irgendwas für Übung. Einfach nur um zu testen, wie weit kann ich gehen, was muss ich machen, was muss ich tun. Und dann nimmt sich das einfach und packt das da rein und hat es halt vernünftig gemacht. Er hat gesagt, es ist, er hat viel, gerade zur Hochzeit, da hat er ja wirklich viele Leute, die über Patreon und sonst was bezahlt haben. Er hätte auch bestimmt einen Kickstarter starten können. Hätte er es vernünftig aufgezogen. Hätte er Mitarbeit zugelassen. Das ist schon ein Trauerspiel. Wenn man mich jetzt fragen würde, wenn ich nicht wüsste, was dahinter steht, sagen, ich habe hier ein Spiel, guck da mal drüber. Sag mir mal, in welchem Stadium das ist. Sag, wie gut, der baut der gerade erst dran. Er hat erst angefangen und tut random Zeug zusammenbasteln, um das zu gucken, wie es funktioniert. Weil ich wäre nie im Leben drauf gekommen, dass das schon jahrelang funktioniert. Also jahrelang läuft, funktioniert, tut es ja nicht. Man kann hier im Prinzip kann man ja nicht wirklich spielen. Wenn es diese Cheatcodes und sonst was nicht gäbe, wird es kein Mensch spielen. Das Zeug hängt ineinander. Hier wieder diese Polygon-Terror, weil alles harte Kanten hat. Man passt halt auch, ob sie... Also draußen ist es schlimmer. Hier drinnen geht es noch. Das Holz ist ein bisschen seltsam. Aber draußen mit den Pflanzen... Oh, alles wieder auf die Hose. Egal was du machst, du glichst immer wieder auf die Hose. Der ist doch schon... Bessere Palästler-Kerl, nehme ich an, oder? Muss sein, sonst hast du nicht ständig die Hose im Blickfeld. Die Auflösung von den Büchern, die sind ja mal sowas von Kacke. Und wieder auf den Hintern. Und dann ist halt also so ein Billigvorhang davor. Auch hier der Tisch, der ist ja an sich... Das Modell an sich für den Tisch ist ja vollkommen okay, aber passt halt optisch nicht rein, wegen der Holztextur. Es müsste halt wirklich mehr so ein Anime-mäßig mit... als Stilisierter sein, mit nicht so krass viel Textur auf der Textur. Wenn das Sinn macht. Ja, man kann... Kann man machen. Kann man machen eigentlich. Auch hier wieder die Holztexturen. Hier im Hintergrund, das ist okay, hier dieses Braum mit so ein bisschen. Aber es ist einfach nur, weil die Auflösung einfach total Kacke ist. Gerade unten sieht man das einfach einfach so in der Farbe mit einer leichten Abstufung drin. Wenn das passt. Ja, das ist einfach in einem leeren Raum. Da wird wahrscheinlich irgendwas kommen. Toiletten hatten wir uns ja angesehen. Die müssen ja eigentlich überall... Ach, komm, hier nochmal. Hier ist ein Braum, hier bei den Mädchen. Die müssen ja überall gleich sein. Ja, so halbwegs. Überall halt Toilette. Immerhin hat das Layout etwas verändert. Da kommen ein bisschen Abwechslung rein. Das halt. Ist schon echt schade, was daraus geworden ist. Krieg ich, glaube, im Klassenzimmer gehe ich mal nicht rein und krieg ich Ärger. Nochmal so, die, die sind klasse. Aber nicht so, da. F-Snow. Wie schön. Die sind klasse. Die haben halt hier unten ein paar kleine Fehler, aber das ist mir nicht so weiter schlimm. Wie gesagt, das sind halt, die meisten Assets sind halt wirklich so Anfänge-Assets, die irgendjemand mal gemacht hat zu üben. Und die sind jetzt in einem Spiel, was spielbar sein soll, was so rauskommen soll, weil er hat ja anscheinend keinen Drang, die Assets zu verbessern. Er holt lieber noch mehr Assets rein. Und dann halt auch wirklich, was weiß ich wohl, die er hat, über den Store, über sonst was. Oh, das ist rot. Oh, ist das rot rot. Okay, ja, ich geh schon weg. Das ist echt, echt schade, schade, schade Schokolade. Und dann halt einfach so Boxen mit drauf gemalt. Das ist halt auch... Das ist halt auch... Ach ey, ne, den Bogen kaputt. Aber sie... Oh, nein. Das tut ja schon weh beim Angucken. Kriegst ja auch einen Krebs. Allein das Geflackert, wenn du auf den Bildschirm guckst. Oh, Testbild. Schnell weg. So was meine ich. Hier einfach nur Farbe drüber. Ein bisschen heller, ein bisschen dunkler an manchen Stellen. Passt. Perfekt. Super. 1A. So müsste jeder Boden aussehen von dem Aufbau her, also von der Optik her. Einfach so simpel, passend für ein Anime-Spiel. Hier ist halt noch so eine... Die ist ausmodelliert. Wie viel Schader sieht die aus, als wäre da einfach nur so eine... eine Play-In drauf. Oh, nee. Die Störung kackt alles ab. Ich hätte das Spiel so gerne fertig gesehen. Aber ich glaube, das wird nie was. Oh, hier ist noch ein schwarz-weißer Raum. Hier ist noch Farbe. Das sind die Manga-Leute. Bin ich mir eigentlich einer, dass ich mir das angucken kann. Achso, da ging es ja nicht rein. Immerhin ist der Raum einheitlich. Halbwegs. Muss auch wieder diese... Ja, hier ist oben nicht mal... Ein paar Röhren mit für Schluss. Ein paar einfach... Immerhin hat er den Hintergrund schwarz gemacht, sodass man da nicht durchgucken kann. Man kann halt so durchgucken. Da wird einfach einen Deckel drauf machen müssen, sollen oder halt... Beide... Double-Siding Textures... Oh, nee. Es gibt Shader, die man machen kann, dass halt sowas nicht passiert, dass man sagt, okay, es ist von beiden Seiten genau dasselbe. Ich komme hier auf den Begriff. So simple, da kommst du nicht drauf. Two-Sided Material. Also wurde halt auf beiden Seiten gespiegelt. Genau dasselbe. Im Bad haben wir Billowspiegel. Und hier haben wir... Ja, eine Kamerasaufnahme. Wenn, dann sollte er überall das Gleiche nehmen. Hatte ich ja schon mal gesagt. Einheitlich. Mach es einheitlich. Da hat man einen Glasshader, einen Versuch an realistischem Glasshader, dann hat er einen gemalten Spiegel. Jetzt hat er hier einfach nur eine Bildschirmaufnahme als Spiegel. Das ist kein Spiegel. Das ist keine Reflexion. Das ist einfach nur... Irgendwo hat er eine unsichtbare Kamera und die wirft dann das Bild zurück. Auf dieses Ding. Das ist kein Glas. Die Perspektive passt nicht. Würde wahrscheinlich auch Grendering ohne Ende kosten. Das funktioniert hier bei ihm nicht. Noch mehr Blümchen. So. Wie gesagt, das Video geht jetzt schon echt lange. Ich weiß nicht, wie viel ich rausschneide. Wahrscheinlich nichts. Ich möchte halt einfach nur zeigen. Was halt gelaufen ist. Ich finde das echt schade um dieses Spiel. Ich war Fan davon. Ich finde es jetzt auch wirklich, wirklich, wirklich schade, dass es nicht funktioniert. Und es ist halt auch so gar nicht funktioniert. So gar nichts gemacht wird. Sagt der Stand am Spiel ist jetzt halt nicht wirklich großartig anders, wie das, was ich gesehen habe. Er hat neue Assets reingeholt, die er irgendwo geklaut hat von Leuten, die es wahrscheinlich nicht wussten, die es einfach als Übung gemacht haben und gesagt haben, das sind Placeholder. Er wird die im Leben nicht austauschen. Er wird die im Leben nicht austauschen. Niemals wird die austauschen. Er holt sich immer wieder neue Sachen. Er holt sich nicht mal schöne Sachen. Es ist nicht einheitlich. Es passt so hinten und vorne, passt es nicht. Es ist, wie gesagt, es ist halt echt schade. Weil mein Fazit ist, ich habe das ja zu sehen, ich habe das Spiel nicht gespielt. Mir ging es jetzt einfach darum, wie es optisch aussieht. Das ist ja das, was ich mache als Artist. Ich gucke, wie es optisch aussieht. Allein schon, dass es halt beim Rumlaufen schon so rumspackt, möchte ich nicht wissen, was passiert, wenn es jetzt gespielt wird. Es ist ja nicht mehr wirklich spielbar. Man kann Leute töten. Es passiert auch was, wenn Leute getötet werden. Aber das, worum es ging, du tötest deinen Rival unten, dass es auffällt. Es funktioniert nicht. Es funktioniert immer noch nicht. Nach so langer Zeit. Es ist echt, wie gesagt, schon schade. Und auch die Assets-Sache, das geht mir nicht in meinen Kopf rein. Er hat, wie gesagt, er hat Patreon. Er hat viele Leute, die ihn unterstützen, die das feiern. Die auch Kleinigkeiten für ihn gemacht haben. Es gibt, wie gesagt, ihr habt die Fanarts gesehen. Da hängen Fanarts außen auf der Wand. Es gibt bestimmt den einen oder anderen Artist, der sagt, okay, ich mache dir eine Textur. Ich mache dir ein Modell. Oder er nimmt halt wirklich dieses Geld, was er verdient, über Patreon, über sonst was. Und sagt, okay, ich beschäftige vernünftige Leute, die mir helfen. Weil er kriegt es ja alleine nicht hin. Selbst mit so einem riesigen Zeitangebot kriegt er es nicht hin, irgendwas zu reißen. Er hat jetzt in den letzten drei Jahren, wie ich es aktiv verfolgt habe, nur Assets dazu gemacht. Es ist jetzt nicht so modsmäßig viel im Spiel passiert, was die Community sieht. Er hat im Code viel gemacht anscheinend. Aber sowas sieht man halt nicht wirklich. Und es ist jetzt auch nichts so Dramatisches, was er verändert hat. Sonst würde man es ja sehen. Er hat... Der Shader für die Materialien an sich ist halt echt kacke. Es ist halt... Nee, ich sag mal, das ist die richtige Sache. Ich finde diese Außenlinien nicht gut. Persönlich finde ich... Dieser Shader irritiert. Ist halt Geschmackssache, lässt sich drüber streiten. Aber dass er halt wirklich sagt, ich habe hier Holztexturen drauf, dann habe ich wieder einfach nur billig ausgemalt. Wie es halt passend wäre für ein Spiel, was halt in dem Anime-Stil ist, reicht ein simples Ausmalen mit einer kleinen... Also mit ein paar helleren und dunklen Stellen. So ganz, ganz simpel. Passt optisch besser wie dieses... Ich habe da Holz drinne und habe Holztexturen auf den Bäumen, auf den Tischen, überall. Das passt optisch nicht. Auch hat er bei den Assets, die er geklaut hat, einfach irgendwas geklaut. Du hast hier Sachen, die sind halt echt gut verarbeitet, die sehen schön aus, die sehen schön rund. Und dann hast du halt Sachen wie die Toilette, die sind halt komplett kantig. Oder diese Katastrophe von Theaterraum, wo dann halt wirklich gesehen hast, da war jemand am Werk, der halt noch nicht viel Erfahrung hat. Der hat da keine weichen Kanten, der hat viel zu wenig generell Polygonen in seinem Assets drinne. Sachen sind von unten durch sichtbar. Es ist halt bei einem Top-Down egal. Wenn du unten nix hast, hast du nix, siehst du eh nicht. Aber bei so einem Spiel, wo du halt von allen Seiten dran sitzt, solltest du gucken, dass dein Modell auch von allen Seiten halt sichtbar ist und nicht einfach, da fehlt der Boden. Aber das ist halt jetzt ein bisschen viel platziert, weil er hat ja die Assets nicht erstellt. Ich dachte aber jetzt halt, entweder dieses Ding versinkt jetzt komplett in der Versenkung oder er schafft es endlich bei sich einem vernünftigen Programmierer reinzuholen, sich einen vernünftigen Artist reinzuholen, der halt sich um Modelle kümmert und halt nach und nach austauscht. Er hat ja Modelle vorhanden, man kann darauf aufbauen. Viele brauchen einfach nur eine neue Textur. Er kann die Bäume benutzen. Zum Beispiel. Er kann die benutzen, neue Textur drauf, gerade er stammt weg. Machst du ganz simpel einfach eine, ja, malst was anderes drüber, kannst du machen. Nimmst die Äste und platzierst sie ein bisschen anders, dann hast du noch drei verschiedene Versionen. Jetzt, Beispiel an den Bäumen. Er nimmt den gleichen Baum, den er hat, hier diese Kirschbäume. Das ist ja ein und derselbe Baum. Oder halt auch draußen, die Bäume, da sind mehr. Nehmen wir die zum Beispiel. Die Rindetextur weg. Er nimmt eine gezeichnete, passend zu dem Anime-Stil. Hast du schon mal den ersten Baum. Dann kopierst du diesen Baum, machst die Äste, platzierst sie ein bisschen anders da, biegst den Ast von mir aus ein bisschen, hast du dann drei, vier verschiedene kleine Bäume, eins A, passt. So kannst du es mit allen Ersatz machen. Du hast eine Basis, du weißt durch die Placeholder, wie du es haben möchtest und dann auf diesen Assets baust du auf. Er hat ja schon, dazu nimmt man diese Placeholders, um zu gucken, passt das optisch, will ich das so haben, wie möchte ich das haben, sieht das aus. Und darauf braucht man dann halt die Assets. Und halt beim Programmieren, hol dir einen vernünftigen Programmierer oder lern es. Lern dazu. Man kann immer lernen. Aber er hat ja anscheinend keinen Willen zu lernen. Er macht, wie ich das gesagt, schon seit fünf Jahren. Er hat nichts dazugelernt anscheinend. Ich sage, hol dir einen vernünftigen Programmierer, hol dir einen dazu, der dir hilft, der dir unterstützt. Lass ihn dich unterstützen. Ja. Und wir sehen, was die Zeit zeigen wird. So wie es aussieht, würde ich eher sagen, es ist nicht viel passiert. Nur sehr viel Kleinkram, der halt komplett sinnlos ist. Der Rivale derzeit Jahre in den Planung ist. Das ein Key-Element des Spiels ist. Er ist noch nicht drinne. Er funktioniert noch nicht. Ich nehme an, das Spiel versinkt einfach komplett in der Versenkung. Jetzt, wo ich das gesehen habe, ich habe viel gehört. Wollte mir das jetzt selber einbilden. Wollte mir eine eigene Meinung bilden. Ich dachte, kann ja nicht so schlimm sein. Jetzt habe ich gesehen, ist doch allein das Laufen. Wir haben niemanden getötet. Wir haben kein Getriggert, nichts gemacht, was halt wirklich Spiel ist. Und schon funktioniert es nicht. Selbst das Starten dieses Spiels wurde einem unnötig kompliziert gemacht, weil der Download nicht funktioniert. Das Öffnen, das ZIP-Datei funktioniert auch nicht wirklich. Ich habe es dreimal jetzt entzippt, bis es dann spielbar war, dass ich auf den Spiel gekommen bin. Und das alles nach so einer langen Zeit. Es ist ein Trauerspiel. Es ist schade. Ich wollte euch das einfach nur mal... Ja, es ist halt echt schade. Ich wollte euch das einfach nur mal... Ja, zeigen, gucken. Vielleicht soll ich sowas ja mal, wenn euch das gefallen hat, mal öfters zeigen, dass ich halt jetzt auf ein Spiel eingehe und halt weniger ums Programmieren. Damit kenne ich mich nicht aus, aber ich schaue mir gerade bei Indie-Spielen doch die Assets mal an, die Texturen mal an, wie ich sowas öfters mache. Vielleicht gefällt euch das ja. Vielleicht sagt ihr, das ist kacke, das ist viel zu lang. Wir haben viel zu viel geredet. Naja. Thematisch würde es ja passen, Games Art. Ich gucke mir Games Art an, gucke mir Assets an. Wie gesagt, ich bin jetzt kein vollwertiger Profi. Ich bin, ja, Anfänger, Junior. Junior Artist, wenn du so willst. Oder eher noch Student. Ich wiederhole jetzt das dritte Layer. Aber so ein bisschen Ahnung habe ich ja schon. So ein bisschen wenigstens. Und minimal. Wenn ihr sagt, ja, das war jetzt doch mal interessant, sowas könnte ich öfters machen, schreibt mir das unten in die Kommentare. Ihr dürft mir auch gerne Spiele vorschlagen, wo ich sage, ey, cool, das fand ich jetzt mal interessant. Aus dieser Perspektive das zu sehen. Und nicht jetzt nur vom Gameplay, sondern auch vom, ja, von Optik. Ich gucke doch mal über dieses Spiel drüber. Das finde ich mal interessant. Gerade zu Indie-Titel sind da bestimmt dabei. Die sind interessant, auch mal zu sehen, wie es funktioniert. Dass ich halt, wenn man an einen Titel geht, der schon über Steam verfügbar ist, der schon Geld verdient, der funktioniert, wo das Spiel halt spielbar ist, das nicht fünf Jahre in Planung ist und nichts macht. Best Argument, was er noch gebracht hat, ja, Kingdom Hearts war ja auch so lange in Planung. oder Kingdom Hearts 3 war ja auch so lange in Planung. Ja, was? Das funktioniert. Es war auch kein Spiel, wo du alleine dran arbeitest. Es war eine riesen Firma. Es ist was komplett anderes, wenn du halt ein riesiges Spiel machst mit vielen Leuten und lange dran sitzt und ein Spiel rauskommt. Er ist alleine, sitzt lange dran und es hat sich einfach legit zwischen 2017 und 2020 jetzt so Mods-mäßig nichts getan. Er hat eine kleine Stadt dazu gemacht, die man es nicht angeguckt hat, weil ich keine Lust dazu habe. Weil das Video eh schon zu lange ist. Die Stadt ist da. Sie sieht wahrscheinlich genauso geklaut aus wie der Rest. Es passt nichts zusammen. Ich habe schon Bilder gesehen, also man muss es nicht angucken unbedingt. Das ist genau wie der ganze Rest des Spiels. Es passt nichts zusammen. Es ist alles geklaut. Charaktere sind auch doppelt und dreifach drin. Die Leute, die in der Schule sind, sind auch da mit anderen Klamotten und es ist ein neuer Charakter, weil der hat jetzt so einen Trenchcoat an und keine Schuluniform und sonst was. Tja. Schade Schokolade. Tja. Das sollte jetzt aber auch mit dem Video gewesen sein, wie gesagt. Meine Meinung zu dem Spiel. Es ist schade drum, aber es wird wahrscheinlich einfach irgendeine Versenkung verschwinden. Er wird seine Patreons verlieren, da ja auch andere Sachen im Raum stehen, die ich jetzt nicht benannt habe, wo ich mich jetzt erstmal draus halten würde, weil er weiß, was ich jetzt aus Dummheit dann lostrete. Deswegen mein Feedback zu dem Spiel, nicht zu ihm. Zu dem Spiel. Ja gut, auch ein bisschen zu ihm, weil ich versuche ihm einen Tipp zu geben, aber ist ja eh Blödsinn, weil ich spreche Deutsch oder Englisch, dass wir da eh nicht verstehen, aber das passt schon. Das ist einfach nur mein Feedback zu dem Spiel, nicht zu dem Devolumball an sich. Das Spiel funktioniert halt nicht. Ich hoffe, das hat jetzt irgendwie Sinn ergeben. Ich rede mich hier gerade um Kopfkragen, aber so, egal. Tschüss, man sieht sich. Schönen Tag noch. Tschüss. Musik.